Kann man hier irgendwo einen Kaffee bekommen, Herr Seinhalo? Einen Kaffee kriegen Sie drüben in der Kantine. Was bauen Sie hier eigentlich? Das wird eine neue Wand, ein Trockendock. Tiefes Loch. Ja. Wie tief? Na ja, zwölf Meter werden das wohl sein. Wer außer Ihnen hat einen Schlüssel für das Baustellentor? Also, ich habe keinen Schlüssel. Ich bin derjenige, der ein Büro des Lichters macht. Aber hier, unser Polier, Herr Köppe, hier hat er einen Baustellenschlüssel. Ja, muss ich ja haben. Und wer sonst? Einige. Wer zum Beispiel? Und da müsste ich jetzt erst mal nachdenken. Tun Sie das, Köppe. Aber denken Sie nicht zu lange nach. Sie entschuldigen mich. Herr Wahl, ich hätte noch ein paar Fragen an Sie. Wenden Sie sich an Köppe. Das Schloss ist in Ordnung. Machen Sie mal auf. Alles noch da. Vielleicht ist er ja gestört worden. Wer? Der Täter. Die Täter. Die Täter.